Ja, wir erhielten eine E-Mail, wo der Parteivorstand von die Basis Österreich eine Kurzversion, einen Kurzschnitt unserer Talkrunde angeregt hat. Die ist in Arbeit. Unser Ziel ist ja sozusagen, die 56% Potenzial der Next Scientists for Future auf die Basis Österreich zu übertragen, sodass die dann bei der ersten Wahl hoffentlich ins Parlament kommen kann sozusagen. Und jetzt erstmal die Kurzzusammenfassung der Talkrunde. Also über allem steht natürlich der neue Geist sozusagen. Und wie kann man den neuen Geist zusammenfassen? Nämlich, dass Gutes tun belohnt werden muss. Also, die Next Scientists for Future sagen, die Basis Österreich sollte die Partei werden, die dafür steht, für die große Wende in der Menschheitsgeschichte. Gutes tun, nicht mehr nur erhoffen, wie wir das die letzten 400.000 Jahre gemacht haben, sondern es so gezielt zu belohnen, dass es auch tatsächlich kommt. Ja, die Impffirmen müssen belohnt werden, gemäß dem Gesundheitszustand der Bevölkerung. Also je gesünder sich die Bevölkerung entwickelt, desto mehr Belohnung für die Impffirmen. Dann werden die sich genau überlegen, ob eine Impfung nicht eventuell mehr Schaden anrichtet als Nutzen, ob sie überhaupt nötig ist, da ja jede Impfung auch gewisse Schäden anrichtet, ja, und so weiter. Aber das werden sie sich erst überlegen, wenn sie nur noch für Gutes tun belohnt werden und nicht wie bisher für den maximalen Verkauf von Impfungen oder Tests oder Masken oder was es auch immer ist, ja. Das heißt, ich fasse mal zusammen, ich greife also sozusagen dem kurzen Schnitt der Talkrunde vor, das Grundprinzip, was die Next Scientists for Future, der Basis Österreicher, empfehlen ist, alles darauf zu zentrieren, dass alle das Gute tun müssen. Politiker das Gute tun müssen, Konzerne das Gute tun müssen, Lobbyisten verschwinden oder das Gute tun müssen. Aber dann verschwinden sie eben, weil Lobbyismus ist an sich nichts Gutes, ne. Ja, und ja, das ist der Punkt. Ich mache mal ein Beispiel, wohin nämlich das führt, wenn man das Gute tun nicht belohnt, sondern wenn es eigentlich mehr Profit für schlechtes Tun gibt. Ja, wir haben jetzt schon die Tatsache, dass zwangsweise Kinder geimpft werden können. Wenn nicht, was weiß ich, dürfen sie nicht in den Kindergarten oder werden dann ausgegrenzt sozusagen oder die Eltern kriegen das Sorgerecht entzogen oder stellen Sie sich vor, irgendein Arzt kommt auf die Idee, ihr Kind hätte Krebs. Und der sagt dann, ja, ach, da könnte man doch mal eine hübsche Summe verdienen, da könnte man mal 100.000 Euro verdienen, indem man da jetzt mal eine Krebstherapie anleiert. Wenn sie sich jetzt dann weigern, dass dieses Krankenhaus oder dieser Arzt dieses Geld verdienen darf, dann wird ihnen eventuell das Sorgerecht entzogen. Quasi müssen Sie sich mal klar machen, ein Konzern, eine Medizinindustrie, eine profitorientierte, profitsüchtige Medizinindustrie sagt dem Staat, wir wollen gerne Geld verdienen und die Eltern weigern sich. Ich bitte, erziehe mal den Eltern das Sorgerecht und nehme das in die Staatshand und dann verfüge als Staat, dass wir unser Geld mit unserer Chemotherapie verdienen dürfen. Soweit ist der Bewusstseinswandel schon geschehen. Das heißt, die vorteilbringenden Irrtümer der Industrie sind schon so weit in die Gesellschaft hineingedrungen, dass die Masse der Menschen dabei nichts Schlimmes mehr findet. Oder denken Sie daran an das Argument, wo den Leuten Druck gemacht wird, warum sie sich impfen müssen. Ja, es gibt das Argument, der vorteilbringende Irrtum, der immer geäußert wird, ist, ja, der andere ist ja so schwach und der kann die Impfung nicht verkraften. Naja, weil die Impfung eben auch sehr gefährlich ist, ja, und da müssen doch die anderen sich impfen lassen. Die anderen müssen sich impfen lassen, damit die Schwachen geschützt sind. Ja, hoppla, das heißt, da wird also ein vorteilbringender Irrtum, ein Argument formuliert. Das bedeutet, dass mein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit aufgehoben werden soll. Da wird einfach darauf hingewiesen, dass es bedauerlicherweise Menschen gibt, die so schwach sind, dass sie eine Impfung nicht vertragen. Und weil die anderen so schwach sind, dass sie die Impfung nicht vertragen, wird mein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit aufgehoben und ich werde quasi unter Druck gesetzt, mir eine Körperverletzung angedeihen zu lassen. Nämlich jede Impfung ist grundsätzlich juristisch immer eine Körperverletzung, ja, und so hat sich die vorteilbringenden Irrtümer dringen in die Weltbevölkerung ein und stellen als Manipulator sozusagen, machen uns alle bereit, Körperverletzung zu akzeptieren. Bis jetzt trägen wir uns noch auf, dass sozusagen, dass letztendlich in Indien zum Beispiel Menschen überfallen werden, entweder getötet werden oder betäubt werden und dann ihnen eine Niere rausgerissen wird. Oder vielleicht sogar beide Nieren, wenn sie getötet werden, ja, um damit Geschäfte zu machen, um damit Medizingeschäfte zu machen, damit die Medizinindustrie richtig gut Geld verdienen kann. Darüber regen wir uns noch auf. Aber wenn das mit den vorteilbringenden Irrtümern unserer profitsüchtigen Medizinindustrie so weitergeht, dann werden wir es irgendwann ganz normal empfinden, so wie beim Impfen. Ja, die anderen sind doch so schwach, der hat keine Nierenfunktion, der hat so ungesund gelebt, dass seine Niere kaputt gegangen ist. Oder wir als Mediziner haben so viele ungesunde Medikamente gegeben, dass die Niere kaputt gegangen ist, ja. Und jetzt ist der so schwach. Und weil der so schwach ist, dürfen sie doch nicht an ihre Idee des Menschenrechts von der körperlichen Unversehrtheit glauben. Sie müssen jetzt bereit sein, diesem schwachen Menschen eine Niere zu spenden. Sie haben die richtigen Werte und sie müssen dazu bereit sein. Der ist so schwach und deswegen müssen wir jetzt ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit außer Kraft setzen und ihnen jetzt die Niere entnehmen. Und wenn sie nicht willig sind, macht das der Staat per Gewalt. Denn der Staat, der Staat, das sind wir, die Medizinindustrie. Ja, merken Sie, in welche Richtung das läuft? Also ich will jetzt sagen, manche könnten ja denken, die Reformen der Next Scientist for Future Gutes zu belohnen, den Arzt zu belohnen, wenn er mir hilft, dass ich nie krank werde. Den Lebensmittelhändler, den Supermarktleiter, Restaurantleiter, Kioskleiter zu belohnen, wenn die Kunden nie krank werden. Am meisten zu belohnen, wenn die Kunden nie krank werden. Das ist doch alles so aufwendig, ist doch nicht unbedingt nötig. Doch, es ist unbedingt nötig, weil wir schon auf dem Weg sind, dass irgendwann der Staat bei Ihnen vor der Tür stehen wird und sagen wird, Polizei hier, Maschinenpistole, Sie kommen jetzt mit ins Krankenhaus, Sie müssen eine Niere schwenden, da sind andere Menschen, sind schwach. Sie brauchen nur eine Niere und wir operieren Ihnen jetzt eine Niere raus oder ein Stück von der Leber raus, weil sie brauchen nicht die ganze Leber und dann damit, um die anderen zu retten. Dass es dabei in Wirklichkeit um das Geld für die Medizinindustrie geht, die die dabei verdient, das ist ja niemandem bewusst dann. Sondern dann entsteht so eine Art medizinindustrieller Wissenschaftsdiktaturstaat, wo quasi alle daran glauben und die Polizisten dann auch im guten Glauben sind, sie würden dann was Gutes tun. In Wirklichkeit kann dann die Medizinindustrie nach Belieben Körperverletzungen verkaufen unter dem Vorwande der Heilungsabsicht oder der Behandlungsabsicht. Und Sie selbst, Ihr Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit ist dann außer Kraft gesetzt. Also machen Sie sich dieses Horrorszenario einfach mal klar, um zu erkennen, wie wichtig der Reformansatz der Next Scientists for Future ist, der sagt, Gesellschaft kann einfach niemals und nicht funktionieren ohne starke positive Anreize, also ohne, dass die Medizinindustrie, das Gehalt der Medizinindustrie gekoppelt wird an unseren Wohlfühlenszustand und unseren Gesundheitszustand. Das ist der Grundansatz, um den ging es immer wieder auch in der Talkrunde, in der Talkshow mit dem Parteivorstand von die Basis Österreich. Das war die Zusammenfassung dessen, was immer im Raum stand. Aber jetzt haben wir dann auch noch ganz konkret sozusagen auch noch gesprochen, ja, wie sollte denn eine Partei technisch vorgehen und taktisch vorgehen, wenn sie echte Basisdemokratie praktizieren kann, denn überall in den Köpfen der Menschen schwirren im Moment pseudobasisdemokratische Konzepte herum. Also auch alle Parteien, die uns ja über auch Volksabstimmungen nachdenken oder über die direkte Demokratie oder echte Basisdemokratie praktizieren, denken eigentlich bis jetzt nur in sozusagen pseudobasisdemokratischen Denklinien. Und deswegen haben wir als erstes, haben wir in dieser Talkshow ganz ausführlich gesprochen, darüber, wo beginnt denn echte Basisdemokratie. Ja, Schluck Wasser. Das Konzept für echte oder die Mentalität für echte Basisdemokratie, das ist bis jetzt nur in der freien Argumente-Kulturpartei vorhanden. Da oben steht es, die FRAG-Partei, nur dort vorhanden und im Weltrat und in dem Arbeitskreis des Weltrates der Next Scientists for Future. Und hier unten rechts, wie immer an dem runden Ding, rundlichen Ding, das Tempo schneller drehen, mindestens immer mit 1,5-facher Geschwindigkeit und damit alle Sendungen hören. Unser Tipp an alle. Ja, und dann, was haben wir technisch empfohlen? Dass die Parteien, die Neuparteien, auf ihre Homepage schreiben sollten, Gesundheitsreform. Weil mit der Gesundheitssituation fing ja alles an, mit dem Gesundheitsskandalen fing ja alles an. Ja, also Gesundheitsreform und dann Experte A, Experte B, Experte C, vielleicht noch Experte D. Und wir haben es dann auch in der Sendung gemacht, per Stuhlwechsel, das kann aber auch Referate sein, also wenn zum Beispiel eine Reform vorliegt, aber die Person der Einladung in die Talkshows nicht folgt oder der Urheber oder die Organisation, die diese Gesundheitsreform, diesen Vorschlag für eine Gesundheitsreform entwickelt hat, nicht bereit ist, in die Talkshow zu kommen, dann listet man sie trotzdem auf und lässt Parteimitglieder ein Referat darüber halten oder das Referat in Form eines Stuhlwechsels präsentieren, sozusagen. Ich spreche jetzt mal für die Wirtschaftsweisen der Bundesregierung in Deutschland für den Sachverständigenrat und spreche für Professor Achim Truger zum Beispiel. Oder ich spreche für Professor Hans-Werner Sinn, den früheren Präsidenten des IFO-Instituts, der Nachdenkliches zum Thema der Mindest- und Tariflöhne beigetragen hat und so weiter. Oder ich spreche für den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich ja was dabei gedacht hat, dass er das Sozialsystem reformiert hatte und so weiter. Und die Argumente, die damals eine Rolle gespielt haben, und die werden dann über die Referate beziehungsweise über die Stuhlwechseltechnik, also das Parteimitglied nimmt dann mal die Position von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ein und stellt da, wie da die Argumente sind, die freien Argumente. Und so holt man quasi alle Vorschläge in der Welt, die sich nennenswert voneinander unterscheiden, im Bereich Gesundheitsreform rein, auf die Partei-Homepage. Dann macht man sozusagen das Gleiche mit Pflegereform, Ernährungsreform, was ja auch eine Landwirtschaftsreform ist, dann Medienreform. Ja, machen Sie einfach nach Belieben diese Liste weiter. Es muss alles reformiert werden. Finanzamtreform, Arbeitsamtreform, Reforminnere Sicherheit, Reformrechtsanwaltswesen und immer wieder Experten und gerne überall, wo Sie mögen, wo Sie nichts dagegen haben, schreiben Sie als Experten rein, Experte A, B, C und einer davon ist nextscientistsforfuture.de und damit signalisieren Sie dem Wähler als erstes, das ist die neue, große, weltoffene, urbasisdemokratische Partei. Alle Vorschläge für Reformen werden gesammelt von der Partei, das ist die eigentliche Arbeit der Partei und dann sozusagen durchdiskutiert in Talkshows und dann wird daraus ein Volks, die Ergebnisse dieser Talkrunden und der Referate und der Stuhlwechsel und der live vorhandenen Vertreter der einzelnen Vorschläge. Das wird in das Volksentscheid-Wahlprogramm hineingeschrieben. Ich zeige es nur ganz kurz hier. Ja, also. Ach, das war das falsche Bild. Ab. Fehler vom Amt. So. Also. Am Ende hat man dann vielleicht hier fünf Vorschläge, die dann in dem, erst in einem Volksentscheid, direkt nachdem man gewählt worden ist, den Wählern zur Auswahl vorgelegt werden für das Konsensieren durch die Wähler und bitteschön nicht durch die Parteibasis, denn die Parteibasis stellen sich vor, Sie hätten lauter rechtsradikale oder linksradikale Parteimitglieder, was werden die wohl konsensieren? Linksradikale Vorschläge oder rechtsradikale Vorschläge? Sonst nichts. Sie müssen das doch, das Konsensieren muss doch den Wählern überlassen werden. Nur dann beginnt echte Basisdemokratie. Ja. Und dann sozusagen, ich zeige jetzt nur noch mal ganz im Schnelldurchgang, Sie können ja das Video anhalten, wenn Sie wollen, zum Beispiel hier, Gesundheitsreform. Endlich, das ist der Next Scientist for Future Vorschlag, Endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er mir durch ein kostenloses Gesundheitsfreizeit- und Wochenangebot hilft, dass ich durch Immunabwehrstärkung nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter bekomme. Und so weiter. Sie können das ja alles in Ruhe lesen. Ich mache es im Schnelldurchgang und Sie können ja immer stoppen. Also da, in dem Sinne, haben dann die WählerInnen das Sagen und das ist echte Basisdemokratie. Alles andere ist gar keine echte Basisdemokratie. Denn wenn Sie den Wählern die verschiedenen Vorschläge zur Gesundheitsreform, zur Bildungsreform und so weiter verschweigen, dann können die auch diese neuen Vorschläge ja gar nicht kennenlernen und damit gibt es gar keine Basisdemokratie. So. Also. Also erstens war es die Expertennennung auf der Homepage für die Arbeitsphase. Und dann wächst auf der Homepage parallel dazu das Volksentscheid-Wahlprogramm und wird immer mehr gefüllt mit verschiedenen Vorschlägen zu den verschiedenen Reformbereichen. Das ist die Parteiarbeit. Ja. Und sozusagen das ist die eigentliche Arbeit einer echt Basisdemokratischen Partei. Und dann würde da auch stehen Machtbegrenzungsreform Machtbegrenzungsreform Demokratiereform oder Demokratisierungsreform wäre eine dieser Bereiche oder Reform der Demokratie oder Reform der Demokratie und Machtbegrenzung. Und dann würde bei dem Experten Next Scientist for Future würde dann im Volksentscheid-Wahlprogramm stehen Machtbegrenzungs- und Machtbegrenzungs- und Demokratisierungskette der NextScientistsforFuture.de Und da ist es eben so erstens jede Partei sollte eben auf der Homepage in erster Linie ganz oben die Reformenliste und die dazugehörige Expertenliste benennen. an der zweiten Stelle in der Homepage das Volksentscheid-Wahlprogramm präsentieren an dem die Partei nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat und sozusagen dadurch sehen die Wähler oh diese Partei ist gut die bringt tolle Vorschläge die sammelt aus aller Welt ganz tolle Reformvorschläge und lässt mich als Wähler konsensieren darüber und damit auswählen ja und das ist eine tolle Partei so wünsche ich mir Demokratie so fängt es schon mal an ja und dann gehört zu dem Vorschlag zum Thema Demokratiereform oder Reform der Demokratie Österreichs ja gehört Einführung von Wohlfühlstimmen als Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme zusammen mit daraus errechneten Verdienstzuschüssen für alle Firmen und Behörden und Mitarbeiter und so weiter für alle berufstätigen Verdienstzuschüsse so dass also nur die Firma die das Wohlfühlen und die Gesundheit und die Langlebigkeit der Kunden der Mitarbeiter und der Anwohner gut verbessert hat die kriegt große Verdienstzuschüsse eine Firma die eher die ganze Welt verträgt und eher den Menschen schadet krankmachende Ernährung liefert die kriegt keine Verdienstzuschüsse und geht dann im Wettbewerb irgendwann pleite und das ist dann auch gut so also über die Wohlfühlstimme Gesundheitsdaten Langlebigkeit der Kunden Mitarbeiter und Anwohner lenken wir die Wirtschaft und die Behörden und alles in der Gesellschaft in unseren Dienst sodass es menschenfreundlich wird und nicht mehr gegen die Menschen orientiert ist wie das bisherige Wirtschaftssystem ja das ist ein Wechsel des Wirtschaftssystemes ja dann gehört zu den Empfehlungen oder zum Vorschlag der Next Scientist for Future die Einführung von Vorwahlen Mini Volks entscheiden wo sozusagen wodurch ständig neue Experten hochkommen die dann die Parteien sofort einladen bei ihnen mitzuhelfen denn wenn sie das nicht täten dann würden nämlich die diese neu hochkommenden Experten sie zur Wahl herausfordern die Wahl gewinnen und hinter den neuen Experten entsteht eine neue Partei und die werden die neuen Kanzler und die neuen Ministerpräsidenten und so weiter ich weiß nicht wie das in Österreich heißt und dann haben wir sozusagen ja letztendlich eine Situation wo der Politiker keine Sekunde Zeit mehr hat für seine früheren Freunde von den Konzernen oder seine früheren Lobbyisten Freunde die es ja dann auch gar nicht mehr gibt die Lobbyisten weil durch die Wohlfühlstimme verschwindet ja der Lobbyismus sofort das wird besprochen wurde besprochen in der Talkshow und mit diesen Vorwahlen Mini-Volksentscheiden in denen auch die Themen und also gewählt wird ob ein nächster Volksentscheid kommen soll wann er kommen soll und welche Themen er beinhalten soll also welche Reformthemen er beinhalten soll ja und diese Vorwahlen Mini-Volksentscheide bedeuten dass die Politiker noch einmal die werden einmal über die Wohlfühlstimme gezwungen für uns Wähler zu arbeiten und nicht für irgendwelche Konzerne und sie werden über die Vorwahlen Mini-Volksentscheide gezwungen uns zu dienen und dann werden noch parallele Talkshows zu den Vorwahlen Mini-Volksentscheid Talkshows gemacht wo das gleich gemacht wird nur mit dem Nachteil dass die Fernsehzuschauer natürlich niemals eine repräsentative Wähler Stichprobe sind ja und damit das keine Wahlwirkung hat aber die gleichen Experten dürfen dort reden vom Bundeswahlleiter zusammengestellt und der Ablauf ist der gleiche und dann dürfen die Fernsehzuschauer wählen und so üben wir uns alle in Demokratie und auch die Fernsehzuschauer dürfen ihren Vorschlag machen wann nächster Volksentscheid und welche Themen nächster Volksentscheid ja und das ist eine komplexe Demokratie ja und ja und dann noch der Vorschlag simulierte wenn man mal ganz kurzfristig eine Entscheidung braucht was wohl der Bürgerwählerwille sein könnte in einer Sache die innerhalb von Tagen entschieden werden muss eine Eilsache dann lässt man beauftragt man Firmen eine simulierte Volksentscheid einen simulierten Volksentscheid durchzuführen mit einer möglichst repräsentativen Wählerstichprobe und dann kann man kurzfristig danach dann auch sozusagen politische Entscheidungen fällen das sollte man dann aber später durch einen Volksentscheid nachprüfen lassen ob dieses ob diese politische Entscheidung wirklich im Sinne der Wähler war oder ob leider nur eine nicht repräsentative Wähler Stichprobe das Schnellergebnis verfälscht haben könnte ich habe hiermit habe ich also geschildert den Grundrahmen für eine ideale echt basis demokratische Partei Deutschlands und darum ging es immer wieder in dieser Talk in der langen Talkshow und jetzt wird also gearbeitet und geschnitten an einer Kurzversion dieser Talkshow aber sie haben jetzt schon mal diese Grundzusammenfassung und noch einmal der gesamte Grundansatz der Next Scientists for Future ist nach 52 Jahren Wissenschaft ist wir haben jetzt lange genug seit 400.000 Jahren wartet die Menschheit darauf dass endlich überall Gutes getan werden möge aber überall auf der Welt wird Schlechtes getan überall wird Profit gemacht auf Kosten des Wohlfühlens der Gesundheit und der Langlebigkeit der Bevölkerung und oft auch auf Kosten des Wohlstandes der Bevölkerung jetzt machen wir die große Wende in der Menschheit und die beginnt soll in Österreich beginnen weil unsere Sorge ist dass in Deutschland vielleicht schon es schon zu spät ist es schon alles wieder schief gelaufen ist was nur schief laufen konnte und dass vielleicht dort die Chancen nicht mehr gut stehen dass das nochmal was wird in Deutschland in Österreich kann es klappen und dass dann jetzt eine neue Gesellschaftsordnung kommt in der alle die irgendwie berufslich tätig sind in Behörden in Firmen in Konzernen in der Medizinindustrie in der Impfindustrie der Testindustrie der Masken Industrie alle nur noch dann gutes Geld verdienen wenn sie den Wohlstand der Bürger fördern die das Wohlfühlen der Bürger fördern die Gesundheit der Bürger messbar fördern und die Langlebigkeit der Bürger fördern und dann kriegen wir eine gute Welt nachdem wir jetzt 400.000 Jahre eine schlechte Welt hatten und wie gesagt das war diese Kurzzusammenfassung und in Kürze erkommt auch der Kurzschnitt der Talkshow Tschüssi bis bald Welt